Hallo, 23.09.2020. Die Ereignisse überschlagen sich in Deutschland. Ich habe gestern so ein Interview gesehen mit Rechtsanwalt Markus Heinz auf dem Kanal von Anni und Martin und dann hat mir das schon gereicht, ehrlich gesagt. Also wenn Rechtsanwälte auch nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann denkt man als normaler Bürger, ja und jetzt? Also man ist dann, sag ich mal, man hat dann ein Fragezeichen im Kopf. Ich habe einiges gestern geguckt, noch ein Interview mit Bodo Schiffmann, der jetzt fleißig Flyer druckt und dann habe ich noch auf Oval Media die Sitzung sowieso 16 geguckt, wo diese Anwältin Viviane Fischer die Richter gebeten hat, es sollen sich doch mal Richter melden für den Untersuchungsausschuss. Also alle sind nur, sag ich mal, im Notfallmodus, im Stressmodus und suchen händeringend nach irgendwelchen Menschen, die noch helfen können. Und ich merke, dass mich das auch nicht unberührt lässt, aber ich merke auch erstens, was da läuft und zweitens, was mir gut tut, um mich zu beruhigen. Also ich verstehe das Ganze, was im Moment so in Deutschland passiert, als Manöver. Also die Sachen, die im Moment passieren, sind ja nicht üblich. Das sind ja alles Ausnahmedinge, die da geschehen. Und Fachleute wissen auf einmal gar nicht mehr, was sie tun sollen. Und meiner Meinung nach gibt es keine medizinische Gefahrensituation, sondern eher so eine rechtsstaatliche Gefahrensituation. Und das kriege ich schon mit. Ist nicht so, dass ich das nicht verstehe. Aber ich habe mich gestern so gefragt, die Leute, die Entscheidungsträger sind und die im Moment Dinge machen, wo ein Anwalt sagt, das ist eindeutig nicht erlaubt. Egal, ob das jetzt um Bayern geht oder um irgendwelche Sachen, die in Schulen ablaufen oder, oder. Dann denke ich doch, wie kann das sein, dass Leute, die Jura studiert haben und in der Politik sitzen, auf einmal alles vergessen haben und jetzt Dinge machen, wo ein einfacher, niedergelassener Anwalt sagt, ja, aber das geht doch nicht, ist doch nicht erlaubt. Und das ist ja nicht Unwissenheit. Das ist, ich nenne das Manöver. Und das soll ablenken. Jetzt kann man sich fragen, ja, wovon denn? Da kann sich jeder selber eine Meinung drauf bilden. Aber wenn ich irgendwie 50 Folgen von Bodo Schiffmann gesehen habe, dann muss ich mich nicht mehr fragen, wovon abgelenkt werden soll. Und dann frage ich mich, wie gehe ich damit um, dass jemand mich ablenken will. Also da kann jeder selber sich eine Antwort drauf geben. Das ist, man muss das wirklich mal, finde ich, reduzieren auf, worum geht es eigentlich? Jemand will mich ablenken. Ja, und was will ich? Ich will das nicht. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will meine Überzeugung behalten und die will ich auch äußern. Und dafür stehe ich auch. Und ich habe heute Morgen mich erinnert an eine Reise, die ich mal gemacht habe. Ich erzähle das mal kurz, weil das war genau das Gleiche. Ich habe eine Reise mit Anfang 30 mit meiner Abendschule gemacht. Ich war in der Abendschule, habe das Abitur nachgeholt und dann hat die Deutschlehrerin gesagt, wir fahren nach Rom. Ja, haben sich alle gefreut. War auch sehr schön. Und dann hat die uns vor der Reise gesagt, wenn wir in Rom sind, dann nehmt euch einen Rucksack mit und wenn wir U-Bahn fahren, dann passt gut auf den Rucksack auf. Ja, haben wir auch alle schön gemacht und wir haben uns den Rucksack dann auf die Brust nach vorne geschnallt, damit wir den im Blick hatten, damit da keiner dran geht. Und dann ist auch genau das eingetroffen. Wir waren in der U-Bahn. Ich hatte meinen Rucksack auf der Brust und dann war ein anderer Mensch, der stand mir vis-à-vis gegenüber. Und die U-Bahn war voll, da war keine Armlänge mehr zwischen und dann streckte dieser Mensch seine Hand aus in Richtung meines Rucksacks. Und ich habe das gesehen und er hat gesehen, dass ich das gesehen habe. Und dann dachte ich, was kommt denn jetzt? Er sieht doch, dass ich das sehe. Er glaubt ja wohl nicht, dass ich dabei zugucke, wie der meinen Rucksack aufmacht und mein Portemonnaie rausholt. Und es war tatsächlich so, dass der sich angenähert hat mit seiner Hand bis an meinen Rucksack. Und ich habe dann mit beiden Händen meinen Rucksack so an mich gedrückt und nur geguckt. Und dann hat er seine Hand zurückgezogen. Also es war oberdreist. Und so ist im Moment die Situation in Deutschland. Ich bin friedlich geblieben in der U-Bahn. Ich war vorbereitet. Und ich war nicht alleine. Wir waren viele. Wir sind jetzt auch viele in Deutschland. Menschen mit Herz und Verstand. Und ich habe das friedlich gelöst. Und der hatte gar keine Chance. Weil wenn der, sag ich mal, weitergemacht hätte, dann hätte ich mich auch anders gewehrt. Und meine Mitschüler hätten wahrscheinlich auch irgendwas dazu gesagt. Oder andere Reisende. Also ich hätte sicherlich nicht zugeguckt, wie der meinen Rucksack hätte geplündert. Das ist die Situation in Deutschland. Also Ablenkung ist allen mittlerweile, denke ich, aufgefallen. Weil das ist ja nicht normal, dass Volljuristen Dinge anordnen, für die es keine Rechtsgrundlage gibt. Geht ja gar nicht. Und die meisten Bußgelder habe ich jetzt vom Rechtsanwalt Heinz gehört. Und von diesem Sattelmeier, oder wie der heißt, Sattelschuster, dieser andere Anwalt aus Köln, werden ja wieder zurückgenommen, wenn man Rechtsmittel dagegen einlegt. Weil es eben oftmals keine Rechtsgrundlage gibt. Und das heißt, wir müssen einfach nur Augen aufhalten und schön unseren Rucksack festhalten. Sprich, unseren Körper, unsere Menschenwürde, unsere Unversehrtheit schön festhalten. Und einen festen Blick behalten, den anderen immer schön angucken und im Auge behalten. Friedlich bleiben und wir sind viele. Und wir schaffen das. Das ist mein Statement zu diesem Chaos. Bleibt entspannt. Wir schaffen das. Das ist mein Statement zu diesem Chaos.